Anhalten. Oh, der baut Duster auf. Wow, Tripper! So, jetzt kommen wir zurück zu einer weiteren Aufgabe von Rem. Eine weitere Herausforderung, dieses Game, Squishy Bird. Ja, wir werden versuchen, einen Rekord von 1081 Punkten zu schaffen. Ihr seht, ihr habt hier schon einmal probiert, 737 Punkte. Ja, und jetzt mal sehen, was wir jetzt zusammenbringen während der Aufnahme. Wow, nicht zu schnell werden. Wow! Oh! Nein! Oh! 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 Ja, das wird, das wird, das wird, nein, nein, nein. So, und jetzt wieder... ein bisschen anhalten oh der baut boost auf wow triple what the fuck nein 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 ok 1234 hat der akkord schon mal geschlagen mal sehen ob es noch besser geht 1 2 versuchen mach ich noch ja 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 Also, das war gerade sehr eng. So. Nee, noch nicht. Erst wenn ihr rot redet. Machen sie jetzt alle... Nicht zu riskant machen. Nicht zu riskant. What the fuck? Halt, Schwede. Das Spiel ist geil. Das Spiel ist geil. Ja, voll lauter Fische und nichts mehr. What the fuck? The fuck? Zu viele. Viel zu viele. Viel zu viele. Fuck. Fuck. Also, nein, ich glaube, ich habe schon mal. Ah, fuck. So gefällt mir das. Ja, komm, ja, über die 2.000. What the fuck, the fuck, nein, 2.117. Ja, diesen Rekord belassen wir uns. Und ja, das war's wieder für diese Aufgabe. Also, ciao.